Hallo Freunde, kurz zu meinem Freunde, es war ja wohl vor Böse Mann und Manu Elsen, diese arme 47 vs. The Army einen zweiten Kampf geben davor, vor Böse Mann und Manu Elsen, verdammt nochmal, nice, endlich kommen die Rapper Kämpfe mal voran, wie gesagt, seit letztes Jahr irgendwie mit Synagy und Böse Mann, Digga, kommen jetzt endlich mal wieder richtig fette Wettkämpfe mal, so muss das sein, dann können die Rapper ihre große Fresse mal beweisen, wie gesagt, labern können alle Leute, aber in den Boxkampf siehst du, was ist hinter der großen Fresse, bei Böse Mann gesehen, ist nicht viel hinter der großen Fresse, bei gewissen, bei Synagy gegen Mob Dalla, hat Synagy kassiert, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob Manu seine große Fresse gegen Böse Mann halten kann, oder ob Böse Mann wieder kassiert, wie gesagt, ich setze 2-1 auf Manu, allein wegen der Größe hat er eh, glaube ich, eine größere Chance, Rewe Verkäufer Böse Mann wird dann mies geklatscht, Ok, meine Freunde, so fast wie ein Fluss, aber ne, gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.